einen wunderschönen guten tag und herzlich willkommen zu einer weiteren folge pubg zusammen mit dem verschweiß heute im regen raus 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 du maus wo muss man hin da straight runter oder was ist das fast schon weiter weg ein bisschen weiter weg warte ich gehe mal im sturzflug ich hole dich mal eben ein von der höhe her zumindest wir sind nicht allein dass mindestens zwei und ich bin ganz oben ich bin ganz oben ich bin ja am ortsausgang ne landet auf meinem dach wo ich bin doch nicht es gibt mir hier irgendeine waffe bitte 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 herr tönne mit so nose stehe ich ja drauf nice er ist irgendwo in der mitte von der stadt ich habe nichts gehört ich habe nichts gehört bei dir oder was ich habe auch nur eine pistole ich komme ich komme ich komme du bist in der werkstatt oder nur eine pistole ja was hat der wo bist du wo bist andere straße noch ein bisschen gelaufen er läuft mir glaube ich hinterher ja er läuft hinterher hier bin ich nice für den helm Auto haben wir auch energy drink passt doch ja so kann die runde gut losgehen leute das ist gut ump wir sollten hier auch relativ frei sein jetzt erst mal jetzt sollten wir unsere ruhe haben in der tat ja jetzt sollten wir unsere ruhe haben ich gehe vorne noch mal in diesen komischen backshop oder was es da ist noch ich mach da ruhig ganz in ruhe alles kannst du die stadt quasi fast für dich ja wir sind auch so ziemlich safe ja wir brauchen halt zwei meter zu safe zu machen oder was ich brauche halt eine waffe das wäre jetzt praktisch habe ich mir sagen lassen ok habt ihr netterweise in die kommentare geschrieben waffen wären praktisch nein habt ihr nicht alle das weiß ich auch selber freunde gerade so ne so viel wissen besitze ich dann alter was geht denn hier ab hier liegt ja richtig was rum wir haben es halt gerade auch einfach gut gespielt ne muss man mal so sagen wir haben zur abwechslung miteinander gesprochen machen wir nicht häufig bei solchen situationen muss man ja auch mal so sein ne landgranate nix interessantes leute dürft ihr uns auch mal loben ne lobt uns doch mal in die kommentare das haben wir doch gut gemacht wollte ich den verband nehmen weil ich mir dachte ok nice ne kann ich den nicht nehmen weil ich schon wieder voll bin so ja dass du voll bist das war mir schon klar jetzt erstmal ne piste am start wieder ich hatte ja schon mal einen Hilfe Koffer könnte ich jetzt bitte mal eine fucking Waffelfilme hast du immer noch keine das ist doch noch mal ein anfang noch ne VSS habe ich gerade eben gefunden na aber VSS ist halt auch schrott eigentlich ne und Hemmstufe 2 und die VSS kann nicht mal den Schally die hat glaube ich so einen automatischen Schally und die hat ein automatisches hier ist noch ne AKM ah was ich bei dir bin dauert hat noch wieder 10 ok dann steck ich es ein wollte ich aus dem Haus wieder raus das Gewitter hört sich so geil an ohne Witz brauchst du einen Helm ich habe ja auch einen Helm bei mir ich habe einen Helm bei mir Stufe 2 Stufe 2 hier liegt noch ein Helm Stufe 2 brauchst du einen Helm Stufe 2 bräuchte ich ja tatsächlich Weste Stufe 2 habe ich auch Weste ich habe nicht mal einen bei mir im Haus aber was habe ich jetzt aufgehoben durch die durch die Tür habe ich ein T-Shirt aufgenommen na das ist gekonnt das kann nicht jeder ein paar Drogengut falls wir ihn brauchen ich geh nochmal schnell hier in die Hallen da wollte ich in der Tat gerade auch wie ist das weil du da eine Waffe siehst denk er mich ne ich glaube nicht die ganze Menge ohne Witz das hört sich so geil an das Gewitter ich bin grad so angefickt ich bin grad so fasziniert hier ist noch ein Rucksack Stufe 1 ab Stufe 2 jetzt mal bitte eine Waffe liegen was ist denn das immer noch keine vernünftige Waffe ne ne VSS echt das muss doch noch irgendwas in diesem Kaff sein hier ich komm nicht guck eben hier noch auf dem Dach liegt er bei dir? um schon mal gefragt zu haben ich habe noch nicht geguckt hier da ich habe markiert ne hallo wie geht das hier? ach ne Helm habe ich auch Stufe 2 schon Entschuldigung das ist eine S12K ja die kann ich mir auch schenken mehr oder weniger oh ja Alter weißt du mehr oder weniger ich habe da auch nur im Vorbeilaufen gesehen naja ich dachte auch mehr oder weniger ne ich habe ja nicht gesagt komplett ne ich nehme sie erstmal mit und dann wenn ich sie nicht brauche ich nehme sie einfach mal gucken noch zu übersehen was und nein nein ne ich habe hier ohne Ende Verbandszeug und so weiter ja dann sollten wir mal Alter du sollst die Tür zumachen du Spacken ich hab mal markiert wo wir hinlaufen also wie gesagt wir können teilen ne Verbandszeug und so da habe ich genug von ja habe ich auch genug hier ist noch eine achso S12K ja ok hat hier einer geschossen? ja ich habe mal getestet ok das triggert mich ein wenig hier dass ich keine vernünftige Dörfer habe ja willst du eine abhaben von mir? ne passt schon vorne sollte gleich vielleicht eine sein weißt du denn das ist ja eh eine Regenrunde da kann man auch ein bisschen mit der Schrott hier bei mir M416 ja jetzt bin ich hier schon unterwegs ich glaube jetzt bin ich den ganzen Weg wieder zurück achso du bist schon weg ja ok ich bin hier schon bei anderen Häusern wie gesagt M416 war nämlich noch da gewesen offen dann folge ich ihnen mal hier ist schon offen oh nix gut ich weiß nicht ob hier noch jemand ist ist ja nix gut man hört halt auch nix ne das ist das geile daran ich habe auch kein Scope ich habe gar nichts hier ist auf jeden Fall schon durchgelaufen glaube ich ich habe auch kein Scope Auto? ne Flugzeug Flugzeug I'm on my way ne? ich glaube die sind einfach schon weg hier ja die könnten Richtung Prison sein wollen wir da oben hin? blau? kommst du hoch dann gehe ich da nicht hin ja ich glaube die sind wer weiß wer weiß also so Scope wäre noch geil so ein 2er oder 4er das wäre noch richtig gut da könnte ich gut was mit anfangen ich habe halt auf meiner äh wie heißt die Waffe habe ich schon wieder vergessen da habe ich ein 1 drauf automatisch halt schon VSS da ist hier rechts ist noch ein fettes Gebäude ich weiß aber nicht ob da einer ist keine Ahnung ja ich glaube wir sollten in der Teamrunde nicht unbedingt alleine großartig durch die Gegend rennen das geht schon es sind noch mehrere Gebäude auf jeden Fall nicht nur eins doppelstöckig oben auf dem Berg die die Frage ob es gleich rausfällt erstmal hier unten kurz und dann gucken wir mal hier war auch schon jemand ja dann schnell hoch oh geil Blitz echt? richtig cool Auto? da steht ein Auto mit in den Wald ist das an? leuchten die Dinger? ne dann steht das da normalerweise normal normalerweise aber was ist schon normal? gut vielleicht sind die auch noch hier füllen wir mal eine schwarze erst mal sagen hier ist ne hier ist auf ne da oben ist auf ja vielleicht sind die noch hier das ist unwahrscheinlich schwer der eine am Fenster? ne das ist ja nicht da ist offen hier aber nicht die müssen ja jetzt rauskommen ist ja nicht mehr safe wenn die hier noch sind wenn wenn war die Tür grad schon offen? also links ja die am linken Gebäude die unten wo? ach so hier bei dem rechten nein ach so vorne hab ich nicht geguckt ich hab nur hinten im Blick wir können uns auch einfach den Ohr jetzt schnappen und wegfahren das können wir auch machen lass uns das tun ich hab blau markiert ja die Halle ist glaube ich gefährlich auf jeden Fall können wir nicht der Sprit ist alle nein die Assise haben die gut gemacht na dann zu Fuß Beine in die Hand dann einfach mal zu Fuß kann mir so fallen ich kann sagen die Sonne kommt durch was für Assise Richtung 283 ist die Crate ich weiß nicht wenns aber lohnt sich nicht aber der Blitz da hinten ist geil ne sah so awesome aus vierfach Blitze da sah und sogar der Donner verspätet ich weiß nicht ob das genau richtig getimt ist mit dem Donner aber wär geil würdest du ja mal zählen können ja pro Sekunde 300 Meter 330 oder? irgendwie sowas ich sag mal 300 Faustformer 300 äh 3 Kilometer Entschuldigung nicht Meter 3 Kilometer nicht Meter? nein ja dann 3000 jetzt abstand guck jetzt nach guck jetzt nach du sollst jetzt zocken Entschuldigung 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 oh Bombzone ja ab Risiko wir bleiben zusammen komm 233 Meter pro Sekunde war das nicht 3 Kilometer? 333 Meter? echt? ja ja utopische Zahlen die haben ja damals anders gelernt wir haben das auch so in Physik gelernt und wir haben es sogar getestet wir haben irgendwie über den halben Sportplatz gerufen laut und halt gemessen wie lange ist das? ja oder rechts ins Haus? ne ne oh Schüsse auf mich ich auch rechts ins Haus ich geh hinterm Stein fuck er hat getroffen zickzack zickzack wo denn? boah auf mich wird auch geschossen wow alter wuhuu er hat mich zweimal getroffen da hinten ich seh sie ich bin im Haus wir kommen auch reingelaufen vielleicht alter oh jetzt ist die Zone vorbei hier waren die aber auch schon ja ja ich weiß hier war auch schon offen so wo waren die gewesen? äh ganz hinten ganz hinten wo ganz hinten? Süden, Osten, Westen? irgendwo irgendwo ungefähr wo meine Markierung find die aber gerade nicht wir sollten auch einfach weiter Richtung Safe sein also wir sind ja schon selber die Mitte vielleicht die Halle auslassen auf die hier vielleicht gelb Oh, ich muss mich heilen, sehe ich gerade, ich schmecke mir gleich ein Schmerzmädelchen rein, Schüsse auf mich. Schon wieder. Man ist vom Wurm, haben die auch auf dich geschossen? Nee. Was mache ich denn? Warum läuft der nicht mehr? Nein, ich hatte sein Kollege dann gesagt, nicht schießen, nicht schießen. Vielleicht auch aus der, aus der Halle. Gelb, gelb bist du, ne? Naja, gelb bin ich. Auto? Fuck. Hinter uns? Fährt vorbei. Hast du betroffen? Natürlich nicht. Wir haben eingehalten. Ich laufe über die Straße rüber. Scheiß Idee. Stell dich gerade mal so fest. Hab ihn gehitzt. Er hat einen Hedgehog passiert. Scheiße, ey. Ich nehm ne Sanitasche. Wo sind die? Hier bei mir. Die laufen links rüber. Habe ich ihn ausgenommen? Oben auf dem Berg, den Typen. Bartos, irgendwer hat den anderen geholt. Irgendwer hat den anderen geholt. Ich nicht, ne. Ne, irgendwer anders. Du hast beide geholt. Ne, ne, ich hab nur einen geholt. Ich hab aber den Kill bekommen. Okay. Hast du noch einen Energy zufälligerweise? Ja. Hier am Baum. Ja. Ibuku. Aber wer? Oder war das dein Teammate? Ne, das war irgendwer anders, der den noch geholt hat. Also der den anderen geholt hat. Wir müssen übrigens Richtung Safe Zone und die Safe Zone ist gar nicht nett für uns. Aber da vorne steht ein Buggy, oder? Wo haben die den Buggy hingestellt? Da am Baum. Ja. Dann ab zum Buggy. Aber wenn du sagst, da hat noch einer geschossen. Ja, ist ja egal. Wenn wir mit dem Auto ganz schnell vorbeifahren, ist das kackegal. Wir fahren hier umgekehrt. Die Frage ist, ob wir da überhaupt erstmal hinkommen. Das ist ja der Plan. Die waren irgendwo hinterm Hügel. Die einen waren auf dem Hügel, weißt du, unsere. Und die haben hinterm Hügel geschossen. Ohne Scope. Ich hab den auch null getroffen eben. Ich hab zum Glück getroffen mit der VSS. Und auch rausgenommen. Komm rein. Und tschüss. Ja, ich mach mal einen, der war weg. Wir fahren ein bisschen weiter mit dem Hügel. So Pillekacke. Ich hab mich echt da mit der VSS geholt. Freunde, Freunde. Hab ich nie gedacht, dass ich mit der mal was treffen werde. Ne? Ich soll ja auch nicht denken. Das soll ich den Pferden überlassen. Die haben die größeren Köpfe. Das ist wohl wahr. Das ist wohl wahr. Die Frage ist halt, ob wir die vielleicht noch hätten looten sollen erst. Ne, da waren halt irgendwelche, die auf die geschossen haben. Unser Glück mehr oder minder. So, da sind noch Häuser und ein Turm. Turmchen. Turm offen? Ich weiß es nicht. Ich hab keinen Scope. Ich kann es nicht sehen. Turm ist... Ich sehe die Tür. Oben scheint zu. Also Turm ist eigentlich uninteressant fast schon. Was ist da drin? Heiße Luft. Aber trocken. Aber trocken. Nicht, dass die im Turm tatsächlich oben drin sind, ne? Dann werden wir gleich hier raus finden. Hola. Nein. Also unten war noch keiner drin. Oben auch nicht. Ist da ein Scope für mich drin? Ich bräuchte echt einen Scope. Nein. Polizei wäre es in Stufe 1. Nein, das brauch ich nicht. Das brauch ich nicht. Können wir mal hier hin. Gucken. Ist da schon gelootet. Ja, ist gelootet. Ist gelootet. Na dann einfach hoffen, dass wir irgendwie Loot vom Gegner kriegen. Gehen wir ein bisschen höher her. Ja, aber so ein Scope, das bräuchte ich echt noch. Ein gemeinbrauchen wir Loot vom Gegner. Vorne ist ein geiler Busch, glaube ich. Ein geiler Busch. Guck dir das Riesending hier doch mal an. Du geiler Busch. Fahrzeug? Fahrzeug? Oben, rutsch runter. Hätte mich fast überfahren. Fuck, nicht getroffen. Nicht wirklich. Wir sind nicht in der Zone. Ich habe keinen Scope. Alter. Fuck, ich werde gehitzet. Von wo? Ja, die von unten. Nein, ich bin da oben irgendwo. Oben. Wie oben? Hinter dir irgendwo. Keine Ahnung von wo. Oh, fuck. Hattest du ein Scope? Nein. Gar keins? Nee, ich hatte halt die VSS-Deutschen-Scope-Automanis. Oh, durch den Baum? Scheiße, ey. Das gibt es doch gar nicht. Mann! Egal. Leute, wenn euch der Pack gefallen hat, lasst eine Bewertung da oder auch ein Abo. Schaut bei Frischfass mit vorbei und dann sehen wir uns wieder zur nächsten Folge von PUBG. Bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.